Wir haben in diesem Jahr 2019 die siebte Lohner Gewerbeschau. Sie findet alle drei Jahre hier bei uns auf dem Lohner Schützenplatz statt. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder knapp 100 Aussteller haben, die ihre Produkte, ihre Dienstleistung den Besuchern präsentieren. Es sind Handwerksbetriebe dabei, Industrieunternehmen, größere Industrieunternehmen auch. Wir haben Vereine, Institutionen, auch eine Kirchengemeinde präsentiert sich hier auf unserer Gewerbeschau. Ich glaube, es freuen sich ganz viele Lohnerinnen und Lohner, aber auch viele Gäste von außerhalb, sich hier einen Überblick zu verschaffen über die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Und auch in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten des Internets zeigt sich, dass viele Menschen doch den persönlichen Kontakt schätzen, die Möglichkeit nutzen wollen, sich von Angesicht zu Angesicht zu informieren, sich austauschen wollen, Bekannte treffen wollen. Und insofern gibt es hierfür auf der Lohner Gewerbeschau ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ein tolles und buntes Rahmenprogramm, das die Familie Stratmann auch in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt hat. Modenschauen werden präsentiert, musikalische Begleitungen am Samstag und am Sonntag. Und ich denke, die Gewerbeschau hat es wirklich verdient, dass man sie besucht, dass man über die gut 4000 Quadratmeter Zeltfläche und über die 7000 Quadratmeter Außenfläche bummelt. und sich wirklich hier einen wunderbaren Eindruck der Lohner und der heimischen Wirtschaft verschaffen kann. Das war ja doch ganz aber so! Musik Das war's für dich, es war's für dich.